hallo meine lieben kinder die pfeil acht liebe esel joshi hat euch jetzt was mitgebracht ja er spricht aus dem mund von dem hund ja und das soll erst mal danach machen siegfried und roi waren den weißen löwen auch schon treu und der joshi der hat natürlich auch immer so verrückte ideen wie er sein kinder publikum begeistern kann und was alles so in dem buch steht und all das schwede das solltet ihr euch unbedingt mal durchlesen und das könnt ihr jetzt bekommen unter koch und es sich kassen mit cd für nun zwar nie und denn seid ihr dran denn könnt ihr auch noch ein bräutel gold toller kriegen von mir weg vom esel gemacht ja wer hätte das gedacht macht also mit und werdet mein esel gewinner und vielleicht gewinnt ihr so ein schönes von mir und habe joshi als kuscheltier zu hause der machen wir zusammen die sause also macht mit auf unseren neuen joshi trip holt euch das buch und cd und das tut für kleines geld nicht wie gesagt ihr kriegt noch unsere gold taler dazu und dann könnt ihr mit den bull talern den echten joshi esel geben ja darum muss jetzt jeder hin macht mit auf unseren neuen joshi trip